Fuchsi sagt am Heimspieltag ab. Wer könnte eine ausverkaufte Max-Schmeling-Halle alternativ am besten entertainen? Tim Mattes, Milos Vujovic, Fabian Wiede oder Jakob Holm? Ich glaube, Milos könnte das am besten. Der hat immer Feuer unterm Hintern, der ist immer heiß und der würde sicherlich eine Menge Spaß reinbringen und die Max-Schmeling-Halle gut unterhalten. Du musst unbedingt mal wieder zum Friseur. Wer darf Hand anlegen und deine Haare schneiden? Paul Drucks, Fabi Wiede, Stefan Kretschmer oder Nils Lichtlein? Fabi Wiede. Ich glaube, der hat das ruhigste Händchen. Du bist zur Berlinale eingeladen und darfst über den roten Teppich laufen. Wer darf dich einkleiden? Lasse Andersson, Walter Grins, Paul Drucks oder Bob Hanning? Paul Drucks. Ich glaube, der hat auch einen relativ schlichten Kleidungsstil, so wie ich. Und das würde mir dann am besten gefallen, dass ich mich auch wohlfühle. Ihr spielt im Training Fußball. Wen brauchst du unbedingt in deinem Team? Dejan Milosavlyev, Lasse Andersson, Mihailo Masenic oder Johan Koch? Von den vier Fußball-Virtuosen würde ich Lasse Andersson wählen. Gute Taktik, gute Technik. Ich glaube, in Barcelona hat er auch jede Menge Fußball gespielt und geguckt. Du hast keine Lust mehr auf Handball und willst auf Reisen gehen. Mit wem würdest du ein Jahr Work & Travel in Australien machen? Hans Lindberg, Tim Mattes, Walter Grins oder Nils Lichtlein? Ich glaube, mit Tim Mattes, weil wir am ehesten auf einer Wellenlänge sind und den langen Zeitraum zusammen aushalten könnten und sicherlich auch eine Menge Spaß haben würden. Du machst bei Wer wird Millionär mit? Wen wählst du als Telefonjoker? Hans Lindberg, Frederik Gens, Stefan Kretschmer oder Mathes Langhoff? Ich würde sagen, Hans Lindberg, weil es schon ein älterer Herr ist und der sicherlich sehr viel Weisheit mitbringen würde. Und letzte Frage. Du willst dir unbedingt ein Tattoo stechen lassen, weißt aber nicht, welches Motiv. Wer darf das Motiv auswählen? Jakob Holm, Hans Lindberg, Michailo Masenic oder Stefan Kretschmer? Ein Tattoo kommt so oder so für mich nicht in Frage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.